Herzlich Willkommen zurück, Leute! Neue Session TTT. Heute mit Balooie Adams, Kapuze Kundran, Mahmoud Taudau und Payne. Minecraft Forever! Falsches Spiel! Fortnite und Fortnite auch! Minecraft und Fortnite, ich spiel nicht aus! Das sah so gut aus! Was denn? Kapuze, guck mal hin! Guck weg! Woah, shit! Du kleine Tauben! Was ist das denn? Ja, spring mal, spring mal! Komm, spring! Ich versuch aus der Explosiven in ein Haus zu schießen. Guck mal, das war... Payne ist da hängen geblieben. Ich auch ein bisschen. Ja, wo ist er da? Hängen geblieben! Alter, die Map gefällt mir gar nicht. Hey, danke für die... Kapuze! Danke fürs Verpacken meiner Devcam! Danke, wer auch immer das war von den Traitern! Oh, das kann ja nur der Kapuze gewesen sein! Hey, du darfst nicht reden! Ich bin nur vom Leben! Dann hast du heute Deathcam ja noch nicht vorbei! Jetzt hab'n bisschen Spaß! Es ist Sonntag! 39 Grad und wir erschießen Payne übrigens! 39 Grad und es wird auch heißer! Ich hab' nur geschobbt! Kun hat das vom Dach gefallen! Oh nein, ich hab' Kun Tran in den Tod geschobst! Ich hab' Kun Tran in den Tod geschobst! Ja, stark auf der Leiter! Ich war'n Aua! Kann's aus verdienen! Ist hier jemand tot? Wo ist der denn? Im Anfangsraum! Anfangsraum, Anfangsraum! Warte mal, ist Payne nicht der Date? Warte mal, willst du den Date erschließen? Item 4 komm ich nie wieder runter! Das ist ein Seidenkick! Achso! Oh! Ja, ja, klar! Ja, ich hab' so'n Seidenkick geschossen! Die Map ist aber gefährlich für mich! Für so'n Movement Legasthenica ist das echt nicht so... Ja, ohne Falsch! Ohne Falsch hat Immobilität ist die Map sehr gefährlich! Bist du auch runtergefallen! Ne, ich segel noch! Ich guck mich noch um! Achso, du fällst Legasthenica jetzt nichts! Ich sag' ja, für Movement Legasthenica ist die Map echt nichts! Ja, da vorne ist ein Böse, aber haut das Leiche! Alter, guck mich mal an! Das bin ich und ich bin nicht böse! Ja! Ich glaube, er wird nicht abstechen, pass auf! Da können wir nicht ganz gut drauf! Was warst du jetzt? Mach doch mal! Mann! Oh Mann, ey! Wieso treffe ich den denn nicht? Limonade! Ah! Outstanding! Wieso? Was ist denn? Wie darfst die Reaper Gun nicht benutzen? Du hast die Reaper Gun, mit der verpackst du die Deathcam-Design war wieder auf mich! Ja, Mann, Kapuze! War wieder auf mich! Das heißt, du wurdest gereapert und geholied! Oh du armst! Ja! Die war bei mir die Holi! Halleluja! Wo ist es daran Spaß, wenn ich dort 5 Minuten lang die Bodengrafik anschauen kann? Weil du dich so toll ärgerst! Hey! Hallo! Ich bin Ding! Ich bin klein! Ja, das ist zu spät! Ja, mir geht's auch nicht gut! Aber deswegen spiel ich ja jetzt Minecraft, da geht's mir echt gut! Oh, Alter! Halt doch die Schnauze! Du hast doch gar keine Ahnung von Minecraft! Ich bin so viele Leute! Kommt sich werber getriggled vor, wenn man so ein Spiel macht! Jaaa! Das ist auch einer! Kunran schieß auf mich! Kunran! Kunran! Kunran schieß! Was war das gerade? Ist alles vor mir! Hallo! Was? Ich bin eingekestet inzwischen zwei Leute! Ich nehme jetzt die kleine Runde rein! Kunran! Nein! Kunran ist es wirklich! Kunran ist es wirklich! Der ist gemein! Der ist gemein! Was? 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 Der Blauli war liegen! Der Super Willi ist tot! Wo ist die Leiche von Baloui? Wo ist die Leiche von Baloui? Hallo? Wo ist die Leiche von Baloui? Da ist die Leiche von Baloui! Da ist die Leiche von Baloui! Oh! Scheiß! Ach komm! Was war? Klasse Moke! Äh, ich glaube Kapuz ist tot! Der Jones ist tot! Der Jones ist tot! Ja, aber warum heißt ihn der tot? Er bin nicht getötet, der ist tot! gleich eskaliert, einer! Rand! 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 Und es ist noch einer gestorben! Wenn wir da... Das heißt, der letzte Lebende ist Tee! Was lebt doch noch? Nicht du, Tauda! Ich meine, Der... Ich habe nicht mal, worüber da gerade geredet! Wenn ihr das meint, dann gehe ich hin! Es sind sechs Leute im Scoreboard! Zwei von den sechs sind tot! Drei sehe ich, du bist einer, das können noch, einer können noch nehmen, ist das nicht Payne? Kapuz oder du? Sind's. Ne Moment, da ist ja noch einer tot. Könnt's ja nur du sein. Was hat Tautor hier für ein Messer? Einen Teleport, okay. Ja, ich bin Blink. Ja, wenn du vor mir auf einmal in eine Messer-Pose gehst, dann ist das halt strange, ne? Ja, verstehe schon. Hä? Maro, was war? Ich bin nicht rübergesprungen in die Ecke, aber ich dachte einfach, ich werde straight. Ich hab nicht gewusst, dass ihr beide Traitor runtergeworfen habt. Und ein Traitor ist irgendwie runtergefallen. Ich bin runtergefallen, ich hab nicht gesehen, ich hab da ne Leiter gesehen und ich wusste nicht, dass ich auf die Leiter schwingen muss. Naja, die Leitern sind komisch. Also Necromant hat hier keinen Spaß, weil die Leitern landen alle unten. Ja, ich hab sie runtergeworfen, alle. Das ist doch eine, die Leute oben lag. Payne, sorry. Das ist echt tricky ein bisschen hier. Ich hab ja doch gar nicht leid. Der Map ist tricky. Ich glaub ich als Inno confirmed. Vorsichtig Payne, Payne vorsichtig. Ich dachte wenigstens, dass ich dich dann als Inno confirmed kann. Vorsichtig Payne. Vorsicht. Ne, der vorsichtig. Der Vorsicht ist. Achtung Diegelschutz. Oh lol. Zweifacher Diegelschutz. Das war gefährlich hier oben, ja? Da war wirklich ein Diegelschuss. Ja, ich weiß. Chaos. Nein! Wer auf der Map Chaos einst, ich muss damit rechnen. Wir können tauschen. Wir können tauschen. Was ist das? Oh man. Wir müssen tauschen. Alter, ich hasse die Map jetzt schon. Katze? Ich will halt auch nirgendwo hochgehen. Ist das grüne Wasser gesund? Dodo. Ähm. Lauli! Da wird auch mal abgeschossen. Da wird auch mal abgeschossen. Da wird auch mal abgeschossen. Da drüben, da drüben, da drüben. Was? Okay, Maru, fertig da oben. Ja, fertig. Maru, fertig da oben. Maru doch, oder? Was? Hey, Maru hat mich grad von der Traitorfalle gewarnt. Also ich hab diese Runde... Die Brücke ist auch ne Traitorfalle, die nach rechts geht von da aus. Ach so. Was, 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 was? Ja, dann buttont ihr leider nicht ausprobieren können in meiner Runde. Ich hab Angst, dass ich... Oh, diese Leitern. Ja. Valoui, Valoui, Valoui. Hey, Valoui, Valoui, Valoui. Valoui, 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 Valoui. Valoui, Valoui, Valoui. Jetzt kommst du da nie wieder runter. Der arme... Adems. Hat der irgendwas Nicer Dicer mäßiges gedroppt? Nee, glaub nicht. Die beiden sind doch... Ne! Ah! Die haben einen Tee getötet. Ja, eben. Ja, ja. Wahrscheinlich war einer von den beiden vor... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich sehe nicht, wo ich hin möchte. Ich hab da... Ich hab da... Ich hab da... Ich hätte Kuna jetzt einfach mit Leichtigkeit killen können. Ich rede nicht von Kuna, ich rede von dir und von... Auf ihr wartest du das Auto? Ja, eben. Ich sage, ich hätte Kuna mit Leichtigkeit killen können. Ja, ja. Weil's grad dunkel war. Ja, ja. Aber ich mach... Ja, eben. Weil ihr in einem Team seid hat sich das nicht gemacht. Ich hab mal... Ich hab mal eins bekommen. Von... 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 Ich hab mal eins bekommen. Ey, mein Torwart wurde übrigens zerstört. Kuna... Was wird das jetzt? Er hat mit einer... Heißer. Achso, okay. Ich dachte, du bist es. Oh. Habt ihr Payne? Ja, hat den gekillt, aber... Er war nur Sidekick. Ach, nein. Er war nur Sidekick. Schade. Schade. Aber ihr beide wart auf Jakar und Sidekick. Ja, das hatten wir ja natürlich. Hat gar nicht. Wenn ich mich durch den Chaos gestorben, werde ich euch auch abgeballert. Ich wollte... Ich wollte... Weil du... Weil du zum Sidekick geschossen hast. Ja, das hast du nicht gewusst. Verplapper mich nie. Ja, natürlich. Ich hab den Dingenschuss gesehen. Ich hab ja so oft in die Luft geschossen. Du hast ohne Confirm direkt den Traitor gecallt. Nicht böse, sondern Traitor. Aber als ich in der Luft war, wurde Chaos angemacht. Ja. Ja. Ja, als böser ist Chaos hier auch super. Chaos ist gemein. Ey, ich war als Hunter in der Luft und war... Äh? Echt? Oh, shit. Ich kann nicht mehr steuern. Upsili Upsili. Ich will nicht mehr. Tschüss. Hallo. Tschüss. Hallo. Das ist keine Mauer. Hey. 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 Oh, was ist das für eine scheisse Ecke? Oh, shit, Alter. Oh, shit, Alter. Hallo. 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 Wo ist die Juli Burst LP eigentlich heute? Die Juli Burst LP? Sau. Sau. Juli hat von März bis September frei... Nein. Alter. Maru, hörst du das hier? Was denn? Und was machst du in der restlichen Zeit? Ja. Den Urlaub laden. Hier ist radioaktiv, ey. Ui. Oh, oh, oh. Kapuze, wir hängen. Alter. Ja. Okay, drei, zwei, 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 drei. Was ist hier? Geh weg, geh weg, geh weg. Geh mir nicht, komm mir nicht zu nah. Ja. Ich mag dich aber. Naja, nee, ich trau dir aber. Irgendwie in deinen letzten Aufnahmen trau ich dir keine fünf Meter mehr. Boah! Pain hat mich wirklich geschluckt. Nein, du bist spät und jetzt... Der Marius guckt ganz verdächtig, Alter. Ui. Ui. Hast du mich kein Alkischspuck bereitest? Die Zwiebellauchssuppe hat das Fass verschlungen. Nee, da musst du aber so ein bisschen... Tanz, tanz. Lass ihn tanzen. Balui. Welche Waffe ist das? Weiß ich nicht. Ist das eine AK? Ach. Das ist eine AR-15. AR-15. 15-15, okay. Hier fühl ich mich sicher, Jun. Ey, hoffen wir mich zu schießen. Oh, hier unten. Du kannst dich doch retten. Du kannst dich doch festhalten bevor du stirbst. Stopp. Okay. Nicht mich abschließen. Und jetzt? Ja, das hatte ich erstmal nicht vor. Okay, okay. Guck mal, der guckt dann nicht. Ich kriege jetzt eine Granata. Der guckt dann, der mag das eh. Ich bin auf einem Haus. Mhm. Das war der Alkisch. Vielleicht finde ich einen zum zurückwerfen. Ich bin auch auf dem Haus. Jetzt wissen ich auch. Ist da ein Todes? Nein. Soll ich dich abballern? Aber eine für Spider-Man. Mach mal. Traur dich. Darf ich? Warte, ne. Ich hab keine Ahnung. Was anderes. Ach, was? Ich hab ja wieder. Was ist mit dieser Tür? Oh, shit. Da ist eine große Granate. Das ist glaube ich eine Super-Disco. Oh, Gott. Das war aber... Da ist... Jemand kommt nachgefallen. Äh, die Aufsatz nachgefallen. Ach so, das ist jetzt... Scheiße. Die Spider-Gang jetzt von euch? Ich hab die Spider-Gang. Hä? Spider-Gang. Hat der keine Kappen? Äh, ne. Der hätte ich vorher gekauft. Hä? Aber wie ging das? Wen habst du da jetzt getötet? Unter mir wird geschossen. Weil Louis ist durch die Super-Disco gestorben. Ach so. Ich hab sein, äh, Dings bekommen. Aber weil Louis ist ein ganz normaler Ingelegen. Warum ist hier dann Blut? Ja, weil er da runtergefallen ist. Scheiße. Ja, aber hier oben ist doch... Ach so. Ja, er ist nach der oben. Er ist hier gelandet und dann haben wir ihn rübergeschleppt. Er ist nach der oben gefallen. Ja, er ist nach der oben gefallen. Ja, er ist nach der oben gefallen. Ja, er ist nach der oben gefallen. Oh, er ist nach der oben gefallen. Von daher ist auch wieder verdächtig, mein Freund. Ist auch wieder verdächtig, mein Freund. Aber... Bei Louis ist hier aufgekommen, hat sich die Beine gebrochen und ist noch bis hier drüben hingekommen. Deswegen ist er... Hier liegt die Leiche. Da oben. Er wurde von... Es ist ein Trap getötet. Oh mein Gott. Tato ist gestorben. War das gut, dass ich den Knopf gedrückt habe? Tau Tau. Du hast den Knopf gedrückt? Tau Tau ist es. Ich wurde teleportiert drüber auf dem Dach gegenüber von euch. Tau Tau ist es. Was ist Tau Tau? 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 Elf Nummer Items. Wo ist denn der? Bei mir im Gift. Im Pool. Im GIF. Im GIF ist er. Ist es GIF oder GIF? Hilf mir Items. Wer weiß nicht wo du bist. Ist das GIF bulletproof oder was? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hey du bist es aber auch nicht oder? Nö. Nein ist es Tau. Hält auf. Nicht rein. Nicht rein. Kade. Mein Kill. Warum warnt er jemanden? Echt? Maru bist du der andere böse? Stopp Mein Kill. Stopp ja. Ja Moment mal. Warum ist der letzte. Oh. Oh. Hat einer von euch den Trader verlassen? Ja. Sollen wir das Kunde dann? Ok. Ah ja ja. Das wurde mir geschossen. Der wurde mir von wegen der Betrug. Der Autor der freche Özi. No Scope. Das war gemein. Ich meine Tür auf. Ich habe nicht so einen Holzkopf wie du mein Freund. Wieso? Der Bruder ist aber einfach nicht giftig. Ich glaube du bist ein bisschen mit der Salzigkeit da. Ich bin aber nur realistisch. Ja doch. Du kannst auf GIF schalten. Ich bin der Traderfaller. Ja. Ich sollte es mir mit ihr gewarnt. Aber wie kommst du deine Konklusion? Er kaputzt. Es ist ein Holzkopf weil er wieder zu viel Minecraft gespielt hat. Wer mich umbringt ist cool. Na gut. Warum? David? Ah ja ja. Ja er ist Miro. Darf ich dich dann nach Dete umbringen? Komm mal. Oh ja. Wer ist das hier vor mir? Nein. Oh oh. Ich bin tot. Der Tester ist offline. Hallo. Der Blaulis hat es dann versucht. Das kann aber auch nur der Traitor machen. Ich kann nur gucken, was im Haus rausgelaufen wird. Hallo. Nein, nein, nein. Ich will nicht. Jeder macht. Du sagst Baluis. Und da ist jetzt auch viel Lake Snow. Oh. Das habe ich gesehen. Okay. Baluu. 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 Ist die mit einfach zu gefährlich wenn man Falsche annimmt. Baluu. 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 Es ist jetzt Kacke. Über die Planke. Über die Planke. Nyaa. Da wollt ihr mit mir hier ein Traitor fallen. Okay Kapuze. Wir spielen so ein Spiel. Okay. Bisher bin ich jede Runde an irgendeiner Trap gestorben. Ich weiß nicht wo ich stehen kann und wo nicht. Äh. Item. Kapuze. Pain. Was ist mit mir? Dalu. Du hast versucht mich umzubringen mit der Traitor fallen. Du bist der einzige der sie sehen konnte. Welche denn? Da hat diese diese Bauer da wo jetzt die zwei. Ich bin jetzt jede Runde möglich. Bauer muss weg. Ich hab ja nie eine gesehen sonst. Aber ich darf an deswegen jetzt zwei Kristalle unzerstörbar. Boah. Oh. Kunan. Was machst du da? Mir das Sofa hier hinschieben. Ich seh schon. Mach's dir gemütlich. Achso. Und wir wissen ob man da draus springen kann auf diesem weißen Knopf. Achso. Oder weiße Tafel. Und? Ist gut? Hey wer ist noch hier? Das geht auf jeden Fall. Da ist das Karussell dreht sich. Hallo Wurm. Schau mal das Karussell dreht sich leider nicht. Möchtest du mir auf die Falle hier locken oder was? Hier? 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 Aktivieren doch. Moment Dalu. Ich hab einen Knopf gedrückt. Oh ja. Geh ins Haus rein. Nein. Die Falle. Achso. Warum ist er schwarz? Also ich mein nicht dunkelvollen, sondern kurz davor. Alle wenschen schwarz. Hab ich nicht gesehen. Ich hab einen Knopf gedrückt gerade wer hier an der Wand war. Über, also in diesem eingezäunten Bereich? Ja. In dem Trailer-Tester-Raum ist alles schwarz. Blauli machte hier ein schönes Leben im Cross. Das ist voll gemütlich, Alter. Ganz so. Ja, bis sich einer aus der Luft fischt, Alter. Ja, dann soll das halt. Wow. Okay, da schießt schon jemand. Hey. Also gerade wirklich. Wer schießt auf den Dede? Da vorne in dem Haus. Da vorne in dem Haus. Ich weiß nicht was. Welchem? Das ist da zwei vor uns drinnen. Links in dem Teil. Bing oder Marlwitz. Ich trau mich halt nicht. Alter. Wer snipert denn hier? Ich hab einen Sniper, aber ich spiele nicht. Wer ist Amerika? Warum sollte man nicht sniper? Dauto hat eine Shotgun. Hallo Dalu. Hallo. Ich hab auch eine Sniper. Aber ich hab nicht auf dich geschossen. Ich hab eine Sniper noch. Ich hab eine Sniper noch. Ja, ich seh es. Besser als Null. Da ist eine tote Leiche. Oh Gott. Ach, das ist aber unglaublich. Kapuze hat eine Sniper. Ja, hab ich auch gesagt, du Affenkopf. Nein, bei mir ist einer. Das ist Holzgarten. Da wir sind zwei. Hallo Kunzhan. Ich hab immer noch keine Ahnung, wie der blöde den Ass gehabt müssen. Kunzhan, wie geht's hier hoch? Mann, Dalu schießt doch nicht auf mich. Wo willst du denn hoch? Auf das Dach. Da oben. Da oben sind böse. Hey, wo ist Dalu? Komm, schieß es auf mich. Sorry Kapuze, Alter. Ach, man muss den Sprung schaffen, oder wie? Ja, danach muss den Sprung schaffen. Okay. Ja. Oh boah. Jetzt noch der Chaos, das ist aber unnötig. Hallo Blauli. Hm, bist du böse? Äh, nein, ich bin Katze. Danke schön, glaub ich grad wäre Kristalle. Kapuze, bist du böse? Nein. Ich sag, du hab doch grad selber gekallt, dass es wäre Kristalle zerstört irgendwo da. Na ja, aber das heißt ja nicht, dass du nicht böse bist. Das heißt eigentlich... Oh, da kommt ein Thomas. Hallo Thomas. Da kommt ein Thomas. Dalu ist es. Oh. Blauli auf zum Beton. Holy shit. Ich war sowieso schon im roten und wieder so ewig gebraut. Ich treffe heute einfach nix, ey. Oh, das hat funktioniert. Jetzt kann ich auch sehen, wer da... Ihr habt den schon confirmed. Ich wollt wissen, wer... Hallo, wer bist du? Aua. Entschuldigung. Lauli, hast du mir grad ins Gesicht geschossen? Ich dachte, du wärst Dalu, der hier hochkommt. Entschuldigung liegt aber auch zu Ende. Okay. Auf. Nachdenken. 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 Nachdenken, Blauli. Die Klappe. Nachdenken. Ich denk immer nach. Ich denk immer nachdenken. Ich wollt nur nicht, dass du jetzt hier direkt anfängst böse zu werden wieder. Ich hab dir gesagt, irgendwer snipert hier rum und... Bist du jetzt gestorben? Nein. Ja, du hast dich umgebracht. Ich bin das Ding wiedergekommen. Alles schon klar, Bruder. Ich bin doof. Ja, alles schon klar, Alter. Das ist... Ja, ich ne... Du hast unsere Deckung verraten. Wie geht's hier? Ja, Mann. Es können nicht mehr viele böse sein. Es können nur noch Kapuze und Tautau sein. Also, ich... Du kannst einfach beide töten, dann gewinnen wir die Runde. Was ist mit Dalu? Ach, der ist schon tot. Der ist schon tot. Töte einfach Kapuze. Ja, warte mal. Es fehlen uns wirklich noch zwei Trailer. Ja, töte doch einfach Kapuze, Mann. Geht doch. Ja. Hey, da ist ein Melonlaut. Hab ich recht gehabt, Allo, oder? Letzte Runde. Ja. Moment, Blaudi, warum schießt du eigentlich nicht? Weil der hat doch vorhin mit dem Eskalieren angefangen. Weil ich nicht gesehen habe. Weil ich nicht gesehen habe. Also, hinter dir im Turm war vorhin... Also, ja, ich hab nur... Ich hab nur... Katze, ich wollte eigentlich nur unsere Tarnung aufrecht erhalten, dass ich dich nicht erschossen hätte oder so. Aber schon okay. Ja, was heißt nicht ersch... Ab dem Moment, wenn ich Date werde, sehen die im Scoreboard, dass ich blau bin. Ja, okay, okay. Leute, seht, dass du blau bist. Ich weiß. Bauder auch. Blau. 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 Ui. Da fliegt wer. Und jetzt niemand. Nein, Spaß. Nein, nein. Kapuze hat mich runtergeschlagen. Kapuze hat Kappa. Kapuze hat Kappa. Kapuze schlägt mich ab und nein. Warte, hier kann man doch mit. Also, jetzt gibt erstmal eine... Ich will da rein. Nicht töten, ja. Ich werde mich sowieso selber umbringen. Was, Kapuze mobben? Geben wir eine Sekunde. Geben Dinge, die sind gefährlich, Tau Tau. Ach, was denn du? Ich will den Koffer haben. Jetzt kann ich, dann kommt das Ding hier drunter. Und tschüss. Hallo. Ich soll mal eine Klasse. Hallo. Hey, das ist alles okay. So, hier. Tschüss. Nicht kaputt machen. Ich sterbe schon selber. Rudi. Ich wundere mich gerade, ob ich bis da rüberschiebe. Tau Tau Tau. Tschüss Leute. Wir knalligen im Abhang. Wir sind. Ich bin zu sterben, aber ist mir egal. Wo bist du, Conan? Mich nicht abschießen. Ich sterbe sowieso gleich. Was über den Tower? Mach mal ein bisschen schneller da. Hör auf. Springen. Nein, das killt mich als Recht. Schieß den ab. Das Problem ist, dass der Koffer so ein bisschen... Mach es Kapuze. Mach es. Schieß. Schieß. Das hat keiner gesehen. Ich fange an Kapuze. Der Tate zieht nix, wenn ihr ihn rüberschießt. Hey! Was ist das? Da war noch ein bisschen Tempo. Er war noch nicht hoch genug. Hehehe. Boah, ich bin verderber. Kundo, du hättest warten müssen, bis er weiter weg ist und abkommt. Ich habe ihn nicht unter den Versuch. Ich war da, du. Ach so. Das war knapp. Hey, nochmal, komm. Hey, neuer Versuch, Pain. Ja, ja, ja. Ja, so heißt es nicht. Würdest du ihn mit dem Fass überschlagen, Kapuze? Hast du das gesehen? Ich wollte dich nicht rumberschlagen. Ich wollte mich nicht rumschlagen. Du kannst nicht mal rausgucken. Also, außer nach da oben. Ich brauche nur einen Koffer. Aha, ja. Das stimmt. Ja, ja. Da vorne. Das stimmt. Probiere mal. Ja, okay. Ja, okay. So, okay. So, okay. Ja, okay. So, Katze mich nicht töten. Uuuuui. Lass was blödes machen, komm. Oh Gott. Lass was blödes machen. Warte, du. Ich komm doch noch ein bisschen. Komm. Okay. Okay, der ist so normal. Kann nix, Mann. Gibt ja nix. Hey, der Koffer ist mega buggy. Ah, hast du mögt. Das hast du nicht bekommen. Ja. Geh noch mal dahin. Wo? Hehehe. Und? Das war wie schlecht. Das war wie schlecht. Ja, hat das Ding umgeschobst. Das war aber nicht besonders freundlich. Mit der Plasma. Der rechtseitige Plasma inwerfen ist mal eine neue. Meine Baloui. Lass mich doch mal abheben. Da steht ja noch mal Pain. Wo ist Baloui? Was? Baloui. 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 Baloui ist ein lieber Kerl. Und ob bist du flautest oder hochkammer bist? Oh, Maru, Maru, Maru hat Baby geschossen. Maru, Maru hat Baby geschossen. Oh, ich bin gebotert von. Von? Warte. Sagt ja nicht wohin da. Kann der es auch sein. Das muss ich sagen, weil da stand er eben noch. Hey, ich war auf dem Gerät. Okay, alles klar. Kuntran ist es. Da hinten war Tauto eben noch. Kuntran ist es. Hallo Maru. Kuntran. Nein, Maru, schieß auf mich. Maru ist es doch. Kuntran, vor allen Dingen. Wenn ihr ihn seht, tötet ihn. Er ist oben auf dem Turm. Wie kommst du denn da? Maru. 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 Tolerant. Kann man doch den Fenster schießen? Ich bin oben auf dem Turm. Und du hast Tauto getötet. Tauto getötet ihn. Alter. Sag mir bitte das, was nicht hier war. Tauto stand exakt da, wo du jetzt warst. Nein, ich war die ganze Zeit mit dem Talgas am Bruch. Wo ist er? Adams? Ähm, wie kann man das beschreiben? Unter dem Haus mit den Turbinen obendrauf. In dem Haus drin. Linke Seite. Hat schon wieder einen gepressen. Nicht schon wieder, ist er der Erste. Ist Maru Tee? Du? Das ist aber nicht nett. Ah, pein ist es wahrscheinlich auch. Ist Maru Tee? Ja. Ja. Okay, warte. Kuntran hat gerade auf Maru geschossen, richtig? Ja. Ja, und damit ist Kuntran auch schon mal nicht Tee, aber hat nicht vorher gecallt. Ja, aber ich bin Enno, das weiß ich ja aus meiner Sicht. Und ich würde jetzt Kuntran töten. Ne, eben nicht. Alter, sag mir mal, wo du ihn gesehen hast, das letzte Mal unten. Ähm, das letzte Mal ist er vom Mittelpunkt auf Fakt, er schießt immer noch auf mich. Ich kann ihm unglaublich schlecht callen, er ist in der Nähe von einem weißen Hofer. Jetzt wieder in der Mitte, er ist wieder in der Mitte. Jemand vom straßenfest darunter, wir haben die ganze Zeit immer geschickt. Oh ne, man ist nah, Williamia. war es tut er ist wieder okay gut und kundran hat definitiv auf maro geschossen gehabt hieß es dann ist pain der zweite habe ich aber gekillt der pain hast du gekillt ja sind auch confirmed er liegt am anderen ende der map dann würde ich den aber vorher noch konfirmt trotzdem kunden töten weil ich mal geschossen habe bist du das ja nicht mich angreifen so lieb er schießt man doch nicht fakt er doch mit er ist ein haus drauf oder macht es kate katze und ein der sprung landet er da perfekt und wieder nicht hoch die weggewege weggewege ich habe angst aber ich konnte da nicht hoch du warst deswegen habe ich da drunter gelauert wenn es euch gefallen hat das war die letzte runde für euch das war eine schöne runde ja ich bin am anfang gestorben Auf Wiedersehen.